hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu final fantasy 1 dritte part und mit dabei haben wir ja dito ist auch dabei aber man kann da halt nicht zusammenspielen er spielt hat daneben einfach und ja sind alle level 3 schon alle level 3 und wie war er gibt dann ja aber ich machen jetzt play und da geht es halt nicht so schnell und wir haben glaube ich waffen gekauft und haben sie haben sie sich schon ausgerüstet rüstung ok ausrüsten ach man raper rapier nennt man das eigentlich rapier oder raper hallo daniel nennt man das rapier oder raper also rieper ja wir haben rieper gekauft rapier ist das für eine name warte ist das für eine wir müssen noch was kaufen also wir haben schon gekauft haben wir die wie ok wir haben dialogs und wieder schon protest steigert die abwehr 1g und blink steigert die eigene ausweich fähigkeit brauchen wir das ok das gut das war ich gehe weiter trainieren weiter um in den kaostempo reinzukommen und ich nehme mit dem headset auf ich weiß nicht ob sich das was bringt eigentlich ich habe keine ahnung i have no ehnung vielleicht hat man ja dieses rauschen nicht mehr da bin ich nicht überglücklich dann 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 und wir streifen durch die stadt und da ist ein typ mit oder eine frau mit grünen haaren und dann dann wir trainieren und trainieren und hoffen nicht zu sterben stimmt saniel er ist auch oft gestorben man das gut den typen den typen den typen oder hast du schon mein meiji feuer auf den und er futtert mal was mit link kreift an er steht wirklich für link aus hey Daniel ja Daniel wie viel mit welchem level hast du eigentlich den einen gegner getötet besiegt mit mit level 5 okay mit level 8 oder so glaubt nein und wir streifen durch das ganze land okay man warte wohl hm ach ja ach man geh weg okay sie will nicht vergehen die maus ist im vordergrund man und der nächste Kampf steht vor bin an okay 5 gegner das ist doch ey so dumm 4 nur 4 okay warte scheiße oh 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 ne scheiße das ist tot das dürfen wir nicht zu lang bitte nicht bitte nicht bitte nicht oh weil eine eine phoenix fieder ist recht teuer 500 gil einer ist tot schon das ist gut warte bitte nicht bitte nicht oh mein gott oh 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 mein gott Herzrasen bis zum scheißen gehen okay nächstes mal nehmen wir wieder und ein hammer smash 20 uh 20 okay komm schon nein 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 ich bin gestorben kann man ihn dann heilen ist ja für cool ich glaube es geht nicht nein okay geht nicht nein nein ich wollte ja probieren ob man ihn wieder überleben kann ah ja ist mir gerade aufgefallen nein 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 ach ja ist gut dass ich ein hammer bin gekauft habe 10 erfahrung welche geht habe ich überhaupt 400 ach nee Das heißt, wir müssen noch ein bisschen kämpfen. Ach, Mann. Oh, ein Höhleleingang. Ah, schau dir. Alter, der Herr. Strange Musik. Waren wir da schon drin? Weißt du, in dem Part? Oder in diesem Let's Play? Ich hab keine Ahnung. Ein bestialischer... Was? Bestialischer... Bestialischer Verwesungsgeruch steigt von der Erde auf. Äh, der hat weggekackt. Äh, ach, Mann. Es geht ja viel auf, wie? Dass es ein bisschen durchzieht, was? Was? Das ist der Altar der Erde. Ja, hey. Warte. Das ist der Altar der Erde. Früher konnte man noch tiefer hinein, aber seitdem die Erde anfing, zuvor nicht mehr. Aber ich werde trotzdem eingehen. Der hat nicht... Wo bist du? Ja, du. Aber wir haben so einen Chaos-Tempel da, vor allem bei diesem hässlichen Schluss. Ach, komm. Ja, komm. Also, Genome-Hartz ist ja wesentlich besser gegangen. Naja, man kann auch nichts dafür. Obwohl das Aufnahmeprogramm... Hä? Alles mit dem Aufnahmeprogramm schieben. Ach, bitte komm. Danke. Danke. Oh, Goblins. Hässliche Stinker. Hä? Ach, Mann. Du weichser. Ja. So dumm. Ach, Mann. Diese doppeltödige Musik, ey. Weiß du scheiße Löckling, das ist ein Aufnahmeprogramm. Ach, Mann. Vita. Ja. Vita. Vita, Mann. Dann, 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 dann. Und jetzt bist du blöd. Pokemon. Zwar Explosion of Damage 39. Tod. Adler. Schlitz. Ich denke, ich bin sicher ein Rammastorize, weil er sowieso jetzt tot ist. was ich sah oh ich bin da okay wie viel haben wir schon oh my god ja steuerraum oh my god warum nur diese hässlichen Viecher oh ich bin grad bei Mikro angekommen ach man warte ich zeig schon mal mit der Maus hin hier seht ihr wie selber advanced 34% das heißt es hat sich nicht aufgeladen das ist normal wenn das aufnahmenprogramm immer da ist dann sinkt das ganze Zeit wenn es so was weiß ich 60 oder 50 rum ist dann geht es eigentlich recht gut aber da ist halt nicht so weit genug hart dann schön ach ja ich würde da vorne hingehen ach man Final Fantasy ach man 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 und Daniel ist still du kannst schon mitdrehen wenn du willst ach man 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 seht ihr jetzt geht es wieder wenn es ein bisschen rauf geht und jetzt wird es wieder nicht kommen ach man ach man ach man ich wollte nicht reingehen es sind zu starke Gegner obwohl da könnte man gleich trainieren und dann könnte man diese Attacke ansetzen dann die will ich euch nämlich zugleich zeigen oh natürlich ach nee das ist der Endgegner dann wäre das Spoiler Alarm und ne verweist nicht ach komm wir trainieren und dann brauchen wir noch zwei Folgen dann können wir gleich den ersten Endgegner besiegen dann haben wir oh Skeleton neue Gegner an dann nehmen wir natürlich das und dann nehmen wir Dialogs und ja Felsauber Magie was ist dagegen gut dann nehmen wir einfach Blitz ja komm Blitz hajo oh ok das ist mal Geschichte aber die bringen auch nicht wirklich viel komm jetzt ach ach oh mein Gott ja die ziehen recht viel ab und das ist scheiße nein man komm sie verarschen und jetzt wenn der jetzt Blutspritze wäre das witzig und doch und jetzt Fels pfam aaaah ja ok meine Freunde das war's und wir hoffen wir sehen euch wieder bei der nächsten Folge sagst du noch was Daniel ok dann tschüss 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 tschüss